Kevin in der Schweiz grassiert der Angstporno. Der dritte Weltkrieg könnte ja vor der Haustür stehen und der Russe kommt. Was sagst du dazu? Der Russe kommt mit Sicherheit nicht. Bevor der Russe zu uns kommt, müssen wir noch weiter zu ihm kommen. Dann könnte es sein, dass der Russe sagt, ich glaube, ihr habt irgendwas falsch verstanden. Uns besiegt man nicht. Und wer den Russen angreift, der hat da immer Erfahrung mitgemacht, dass er den Russen nicht besiegen kann. Napoleon hat das versucht, Adolf Hitler hat das versucht und jeder andere, der das versuchen würde, der würde ähnlich scheitern. Natürlich kann daraus ein dritter Weltkrieg werden, weil es ja vollkommen klar, angenommen wirklich, dass Russland in die Beduldige käme, würden die Chinesen sofort mit einsteigen, weil hier geht es ja darum, dass die alte Welt, die angloamerikanische Welt, dass die nicht akzeptieren will, dass es inzwischen BRICS-Staaten gibt. Aber in den BRICS-Staaten leben über zwei Milliarden Menschen und die NATO-Staaten sind mehr als eine Milliarde. Wir leben in einer multipolaren Welt. Damit sollte man sich mittelfristig mal anfreunden, auch wenn ein Imperium das nicht akzeptieren kann. Und ich hoffe, dass am Ende dann doch die Vernunft siegt. So, das ist ein Säbelrasseln natürlich. Das kann immer eskernieren, muss man sagen. Aber ich hoffe, dass am Ende die Vernunft siegt. Und damit die Vernunft siegen kann, wäre es vielleicht auch wichtig, wenn viele Menschen, die Angst haben um das, was da passiert, weil sie sich schlecht vertreten fühlen, wenn die auf die Straße gehen würden, sagen, was ist denn das für eine Politik? Das ist eine Kriegspolitik. Und ich glaube, dass wir in Europa nicht nochmal Krieg brauchen. Wir haben in Europa die Erfahrung gemacht, dass Krieg überhaupt keine gute Idee ist. Da kann es keine Gewinner geben. Da gewinnt nur die Rüstungsindustrie. Okay? Und deswegen ist sie auch dafür. Ist ja klar. Bis alles verbraucht ist und wir zahlen das ja mit unseren Steuergeldern und die nächsten Generationen dürfen diese Schulden bezahlen. Was soll denn das? Wir sollten es überwinden. Und wenn die Vernunft siegen soll, dann müssen sich die vernünftigen Bürger erheben gegen diese lobbyistischen Politiker oder Pharmakonzerne oder Rücksumkonzerne oder Bankenkonzerne sagen, hört zu, ich glaube, ihr seid dümme Kotti unfähig. Das muss man jetzt halt mal machen. Wird die Schweiz jetzt wieder so geschont wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch? Was glaubst du? Nein, also ein Krieg, der eskaliert zwischen Atommächten, der kann jederzeit atomar werden. Und da gibt es keinen Land mehr, wo man sagen kann, hier ist es sicher. Die Strahlung kommt dann vielleicht ein paar Tage später an. Aber die Schweiz wird auch überrannt werden. Also angenommen, es kommt in Europa zu einem großen Krieg, dann würden viele Leute versuchen, in Länder zu fliehen, von denen sie glauben, dass sie sicherer seien. Da ist die Schweiz natürlich mit dabei. Und das kann kein Schweizer Bundesheer abwehren, wenn plötzlich 70 Millionen Menschen in die Schweiz wollen. Das kann die Schweiz nicht abwehren, kann die Schweiz auch nicht überleben. Von daher wäre die Schweiz auch ein idealer Staat, um das zu tun, was die Schweiz ja immer getan hat, nämlich Diplomatie zu vermitteln. Wenn die Schweiz jetzt ihre Neutralität aufgibt, das tut sie ja sehr stark, ist ja auch bei den Sanktionen gegen Russland dabei, Säbelrasseln, auch in der NZZ, verspielt sie etwas sehr Wertvolles, ein sehr wertvolles Fund. Und dafür stand die Schweiz ja lange nach dem Motto, hier sind Menschen, die sind eher vernünftig. Die haben mehr Erfahrung in der Demokratie. Und ich würde mir wünschen, dass die Bürger der Schweiz sagen, was unser Land hier tut, was unsere Regierung hier tut, das schadet doch auch der Schweiz. Das ist nicht im Schweizer Interesse. Auf gar keinen Fall. Kevin, normalerweise müssten jetzt ja die Menschen in Scharen, also auf die Straßen gehen, wie in Deutschland. Da müsste ja jeden Tag, müsste es ja wie eine Friedensdemonstration geben. Warum gibt es das momentan nicht? Was denkst du? Nein, in Deutschland ist es auch nicht so. Die Deutschen sind auch Propagandaopfer. Wir alle sind Propagandaopfer dahingehend, dass wir natürlich im deutschsprachigen Raum, es hat Daniel ganz einmal sehr gut beschrieben, dass wir Medien in der Regel eben deutsch kommunizieren. Es gibt 100 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum, aber der Rest der Welt kommuniziert Englisch. Das heißt, wenn wir sagen, naja, ich habe den ORF gesehen, ich habe das Schweizer Fernsehen gesehen, das ist doch immer nur ein sehr schmaler Raum. Und das ist eben eine ganz starke Presse, die sehr amerikanisch orientiert ist. In Deutschland haben wir die Atlantikbrücke, aber die ist auch hier natürlich aktiv. Und wenn man mal über den Tellerrand hinausguckt, wie andere Nationen, andere Länder den Ukraine-Konflikt zum Beispiel begutachten oder wie die Welt aufgeteilt sein sollte oder längst aufgeteilt ist, dann stellt man fest, dass wir in einer Blase leben, die wir für die Welt halten. Aber diese Propaganda ist natürlich aktiv. Aber wenn du immer nur das liest und dieses Weltbild übernimmst, das ist jetzt genau bei Propaganda, und daraus deine Argumente speist, die natürlich sehr vorsortiert sind, dann gibt es für dich gar keinen Grund, auf die Straße zu gehen, weil wir haben ja die Lage im Griff. Hätten wir die Lage im Griff und wären wir so mächtig und übermächtig, dann hätten wir den Krieg in der Ukraine ja schon längst gewonnen. Dann hätten wir den Krieg damals in Afghanistan gewonnen, aber so ist es ja gar nicht mehr. Das ist ein Bild, was man in Europa von sich selbst hat, was mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Es gibt längst große Player auf diesem Planeten, die sehr gut geworden sind. Da brauchst du dir nicht nur die Chinesen anzugucken, da kannst du dir auch mal die Innen anzugucken, die eben aufschließen. Und wir sollten langsam akzeptieren, dass nicht wir unbedingt schlechter geworden sind, sondern andere viel besser. Und da sollten wir an einer multipolaren Welt dahingehend arbeiten, dass wir uns gegenseitig akzeptieren und diesen großen gemeinsamen Kuchen teilen und so verteilen, dass es auf dieser Welt kein schreiendes Elend mehr gibt. Und das wäre ja auch möglich. Es ist ja nicht so, dass diese Welt zu wenig hätte. Sie ist voller Fülle, aber hier wird ja Mangel organisiert, weil Mangel bedeutet auch Macht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann sich jeder Einzelne fragen, ob er damit eigentlich leben will, wie ihm das gefällt und ob er glaubt, dass wenn er dem nur zusieht, ob dann sein Land friedlich bleibt. Das ist eben nicht der Fall. Da kann sich jeder mit einbringen. Wir brauchen natürlich einen inneren Frieden, ganz klar. Das sind Konflikte, die da sind, die wir alle in uns tragen, wie wir das überwinden können. Weil wir haben bei Corona ja gesehen, dass sogar der Krieg in den Familien herrn. Und das Aufgeben, auch ein Angebot des Friedens machen, auch verzeihen lernen, weil es passieren Fehler, um das nicht dogmatisch zu sehen, nach dem Wort, ich habe recht. Das bringt eben nichts, sondern sagen, okay. Auch die Anerkennung geben zum Beispiel? Ja, auch sagen, ich habe mich geirrt oder sich entschuldigen, wenn jemand sich impfen lassen möchte. Dann darf er das ja auch tun. Aber jemand, der ungeimpft ist, der darf das eben auch tun. Und dass man sich vielleicht auch gegenseitig verzeiht und sagt, okay, auch wenn wir uns da heute immer noch nicht einig sind, aber in den meisten Teilen dessen, was unser Leben ausmacht, sind wir uns doch einig. Warum konzentrieren wir uns auf das, wo wir uns nicht einig sind? Das hat doch mit dem Leben nichts zu tun. Es ist auch furchtbar anstrengend. Und wenn die Leute mehr anfangen würden, Kunst miteinander zu machen, mehr miteinander zu feiern, mehr miteinander Musik zu hören, mehr zu tanzen, dann wird man feststellen, das Leben besteht eben nicht nur aus dem Austausch von Argumenten, wo jeder dem anderen beweisen will, ich bin aber da klüger als tot. Das hat sehr viel mit Eitelkeit zu tun, seit ich an die Macht bringe, wie das ein Freund von mir immer gesagt hat. Und das ist auch langweilig. Mensch, das Leben besteht daraus, dass man ständig auf Menschen trifft, die eine andere Meinung haben. Und das macht das Leben interessant. Und das Leben sollte nicht so sein, dass man sich nur noch mit Leuten trifft, die zu jedem Thema dieselbe Meinung haben wie man selber. Das wäre ja dann ätzend. Das ist eigentlich das Normale, dass wir uns unterscheiden. Das ist der Konsens. Und wenn man aber heute sagt, ja, also wenn wir in diesem Land zu mainstream-themen eine abweichende Meinung haben, ist das Land tief gespalten. Das müssen wir überwinden. Dann hat man Demokratie nicht verstanden. Wahrscheinlich ist das auch wie so ein spiritueller Prozess. Da sei es am Ende deiner Show heute Abend. Da hast du ja so auch gesprochen, dass wir also auch mehr spirituell werden müssten eigentlich. Was meinst du genau damit? Naja, also wir sind ja spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen und keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Und das ist aber eben, Lunde ist das, dieses spirituelle, dieses religiöse, das ist eigentlich auch Physik, weil nichts kann verloren gehen. Es gibt einfach eine Intelligenz hinter all dem. Wenn man sich mal anschaut, wie die Natur organisiert ist, dann fällt einem auf, ich sage jetzt mal nur heilige Geometrie, da gibt es schon einen Plan. Da hat sich jemand etwas gebaut, nur wir bestreiten das, weil wir uns vorstellen können, dass es etwas gibt, was auf einem höheren Level ist. Aber wir akzeptieren Hühner, die auf einem niedrigen Level sind. Es kann durchaus noch Wesen geben, die höher auf einem höheren Level sind als wir, glaube ich jetzt einfach mal. Und das würde ja auch Hoffnung machen. Das heißt, wenn man sich die Natur anschaut, wenn man sich das Leben anschaut, mit welchen Metaphern das Leben auch agiert, dann ist es auch eine schöne Vorstellung. Natürlich kann man Glauben nicht beweisen. Das entzieht sich der Physik, weil es Metaphysik ist. Aber alle großen Kulturen haben darüber gesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, da anzudocken, zum Beispiel durch Meditation oder Menschen, die Nahtoderfahrung gemacht haben. Und sich dem zu öffnen, bedeutet eben auch, die Angst zu verlieren. Der Tod wird kommen. Der Tod als Modell Great Reset gibt es schon. Und dann gehst du dahin, wo du hergekommen bist. Und wenn man diese Angst überwindet, dann ist man auch, also vor dem Tod, dann ist man auch nicht so schlecht beherrschbar. Weil dieses System, dieses weltliche System, arbeitet extrem stark mit Angst. Corona hat extrem stark mit Todesangst gearbeitet. Wenn du das machst, dann wirst du sterben. Ach, wenn ich das mache, sterbe ich nicht. Doch, doch. Ich sterbe in jedem Fall. Also sorge dafür oder versuche ein Leben zu leben, was lebenswert ist. Einen Beruf zu haben, der von Berufung kommt, nicht irgendeinen Job. Und lass dir keine Angst machen, dass du sonst sterben. Du wirst in jedem Fall sterben. Versuche das Leben so zu leben, dass du nicht sagst, das kann ich ja noch verschieben. Und das war für mich eine Riesenchance, auch bei Corona erstens zu sehen, wie 33 funktioniert hat. Wie schnell man Leute eben auch in einen Weg zwingen kann. Die Maske war ja ein offen getragenes Parteiabzeichen. Dann nennst du ihn, okay, auch heute für sich zu wissen, okay, ich hätte damals auf der richtigen Seite gestanden, auf der mutigen Seite. Und ich stand auch jetzt bei Corona auf der mutigen Seite. Das war die Stunde der Bewährung. Aber auch nicht die anderen aburteilen, zu sagen, okay, weil es ist auch manchmal schwierig, weil die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wie kann es sein, in Familien zum Beispiel, Zwillings, dass die einen so agiert haben und die anderen so. Ich weiß es nicht. Oft sind die von denselben Eltern erzogen worden. Vielleicht haben die karmische andere Aufgaben oder sind eben nicht gleich alt. Ich öffne mich mehr dem. Ich höre viel mehr diesen Weisheiten zu. Gibt es ja alles. Ob du jetzt Jesus nimmst, Detlefsen, Eckart Tolle, was immer du nimmst. Und was glaubst du? Ich glaube an das Leben. Der Tod ist nur eine Übergangsstufe. Das Leben ist nicht zu zerstören, genau wie das Licht nicht zu zerstören ist. Und das hier ist ein Schulungsplanet, wo wir hinkommen. Und wir kriegen immer wieder Zeichen, dass wir uns... Dann glaubst du also an Wiedergeburt in dem Fall. Ich glaube daran, dass die Energie nicht verloren gehen kann. Das kannst du jetzt bezeichnen, wie du willst. Immer wenn du ein Wort dafür willst, sagst du, ja, beweis doch mal, man kann das nicht beweisen. Aber die wesentlichen Dinge kann man ja auch nicht erklären. Wir wissen nicht, warum Dinge sind. Wir wissen nicht, warum Licht existiert. Wir wissen nicht, warum Zeit existiert. Wir wissen nicht, warum der Urknall stattgefunden hat. Was war denn vor dem... Das wissen wir alles nicht. Das heißt aber nicht, dass das nicht existent ist, sondern wir können es mit unserem Bewusstsein eben nicht erfahren. So wie Hühner nicht wissen, was ein Computer ist. Das brauchen die auch nicht zu wissen. So. Und ich freue mich auf die nächste Reinkarnationsstufe. Ich bin jetzt halt ein Mensch und ich soll versuchen, durch Selbstbeobachtung herauszufinden, wer ich selbst bin. Und jetzt damit ich bin, meinem Ego. Hast du Angst? Natürlich habe ich Angst. Also man kann jeden Menschen dadurch erschüttern, indem man sagt, in der jetzigen Welt kann man seine Existenz vernichten. Da habe ich weniger Angst für mich. Aber Angst, wie geht es denn dann mit meinen Kindern weiter und so weiter. Da diese Angst hat dann nicht jeder. Und da muss ich mir immer wieder sagen, warum hast du denn die Angst? Es geht immer irgendwie weiter, aber man möchte, dass es schön weitergeht. Aber manchmal braucht man eine unangenehme Erfahrung, um wirklich dazuzulernen. Also Leute, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, sagen ganz oft danach, das war zwar nicht schön, aber der, der ich jetzt bin, den ich viel besser finde, der wäre ohne, dass Elend vorher nicht hätte, würde es den nicht geben. Und Menschen lernen sehr oft eben auch über Leid. Das heißt, das, was wir in der Natur sehen und das, was wir auch an den religiösen und Bildern in der Mythologie bekommen, das sind ja Metaphern. Also es hat dich aber auch stärker gemacht in dem Fall? Nein, es gibt ja diesen Spruch, was du dich umbring, macht dich härter. Und das ist einfach richtig. Also wenn man die Bibel, das ist ein sehr wichtiges Buch, nicht, also ein sehr wichtiges, es gibt viele wichtige Bücher, aber wenn man das als Metaphern liest, dann stellt man sich die Frage, wer will mir denn was damit sagen? Man muss das nicht alles wörtlich nehmen, aber es sind mythologische Bilder, die man lesen und deuten kann. Das ist auch ein Spiel. Und auf diesem Planeten, wenn ich alles wüsste, ist wie wenn ich ins Kino gehe und schon vor den Ausgang des Films wüsste. Langweilig ist es nicht. Aber das Leben endet nicht, wenn man stirbt. Und irgendwann wirst du sterben. Und wenn man immer Angst hat vor dem Atomkrieg und so weiter, das mag auch berechtigt sein, aber wenn du nur in dieser Angst lebst, dann empfindest du erstens keine Freude und sämtliche Auswege verschwinden, weil du musst die auch denken und leben und glauben können und dann kann man auch dadurch die Welt ändern, weil ich glaube, dass Gedanken auch Materie verändern. Das sind ja Bedürr. Ja, also Marc Pranks hat gesagt, ich habe nichts verstanden. Das war Efratel als Schüler, der hatte wirklich Ahnung von Physik. Er hat gesagt, ich habe, nur eins ist mir heute klar, Materie ist Beziehung. Über solche Dinge denke ich nach. Deuten die aktuellen Ereignisse auf die Erfüllung der Prophezeiungen in der Johannes-Offenbarung und die Drangsal hin? Das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute gesagt haben, das ist so, das kann ich nicht beurteilen, weil ich glaube nicht, dass wir alle in derselben Raumzeit leben. Das glaube ich nicht. Wir leben alle in unserem eigenen Kosmos. Aber die Drangsal spürst du ja auch momentan, also schon seit Jahrzehnten eigentlich. Ja, sicherlich. Aber weißt du, der Weltuntergang wurde schon so oft verschoben. Ich habe keine Ahnung. So, und man kann auch der Drangsal dadurch entkommen, indem man sich für etwas anders öffnet. Man muss auch ready sein für die Drangsal. Man muss auch eine Resonanz zur Drangsalentwicklung und sagen, alles ist ganz schrecklich. Ich versuche das hinter mir zu lassen, um mich mit Leuten und Dingen zu beschäftigen, die positiv sind. Weil diese ganze Corona-Phase, diese ganzen Bedrohungsszenarien, die spürst du nur bei Menschen. Das ist von Menschen für Menschen gemacht. In der Natur gibt es das nicht. Tiere haben von Corona nichts mitbekommen. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir in der Angst leben wollen oder eben nicht. Ich sage nicht, dass das einfacher ist. Das sage ich überhaupt gar nicht. Aber ein Weg wäre zum Beispiel zu sagen, wenn du immer nur Medien konsumierst, die dir immer nur Angst machen, das ist dann in dir drin. Was erwartest du, was du hast? Wenn du den ganzen Tag nur Alkohol trinkst, dann bist du gesoffen. Lass es doch mal weg. Konsumier mal etwas anderes. Dinge, die irgendwie heiter sind. Und plötzlich siehst du auch, dass es heitere Dinge in der Welt gibt. Wenn du immer nur das andere konsumierst, stell dir mal die Frage, wer möchte unter Umständen, dass ich das konsumiere, damit ich den Kotaumach sage, solange das so ist, höre ich lieber auf die, die mich eingeschüchtert haben. Die haben bestimmt den Ausweg. Sie machen ein Problem und bieten die Lösung an. Die Lösung bedeutet immer Verzicht auf Freiheit. Und damit auch Verzicht auf Verantwortung. Und Freiheit ist Verantwortung. Deswegen wollen sie so viele Leute haben. Sie wollen, dass jemand für sie die Freiheit organisiert. Aber du musst dann auch die Verantwortung übernehmen und damit die Möglichkeit, dass du auch Fehler machst. Du musst aber Fehler machen, um weiterzukommen. Deswegen, man kann Parteien wählen oder kann man alles machen, aber das sind Stellvertreter, die das für dich tun sollen. Die sollen für dich die Welt richten. Was empfiehlst du den Menschen? Einfach zu sagen, sag nein dazu, sei ungehorsam und lebe deine Freiheit. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, also angenommen, man würde aus der Strommangellage den Strom abstellen, Menschen hätten dann kein Handy mehr in dem Fall oder könnten das auch nichts mehr seit anstellen. Was empfiehlst du diesen Menschen? Ich empfehle den Menschen generell gar nichts. Ich mache auch keine Ratschläge, aber das sind nur Schläge, sondern was ich für mich tue, das könnte theoretisch als Beispiel dienen. Wir sind natürlich in einer Gesellschaft, die hochtechnisiert ist, die so eine Zivilisation. Aber Zivilisation hat es auch schon ohne Strom gegeben. Also Zivilisation ist nicht erst durch Strom entstanden, sondern es gab auch schon tausende von Jahren Menschen, die waren zivilisiert, aber die hatten in den Höhlenmalereien damals keinen Strom. Waren das schon Zivilisationen? Auch die Ägypter hatten keinen Strom. Sind dann die Pyramiden etwas, was zivilisiert ist? Das muss man mal hinterfragen. Und die Dinge kommen sowieso. Und die Krise sorgt immer dafür, dass du dich vielleicht von vielem Tant trennst und sagst, brauche ich das eigentlich alles? Also der Trend zum Tiny House, was ich von diesem ganzen Wahnsinn trenne, weil ich glaube im Durchschnittsland jeder Deutsche ist in Deutschland. Da gab es, glaube ich, 10.000 Artikel. Was macht der Herr Schladen? Sich davon trennen zu sagen, brauche ich das? Und sich reduzieren und auf das Wesentliche konzentrieren, indem man sich die Frage beantwortet, was ist denn das überhaupt? Weil die meisten leben nicht in der Gegenwart, sondern sie leben für etwas, das in der Zukunft stattfinden soll. Sie arbeiten jetzt so, wie sie arbeiten, damit sie sich in der Zukunft den Dreier-BMW kaufen, der ihnen zum Glück noch fehlt. Und das fehlt ihnen noch. Und die Frau, das Haus und der Botschaft. Nein. Wenn du das alles in materielle Dinge glaubst, zu benötigen und glücklichst, dann hast du etwas nicht verstanden. Glück ist etwas anderes. Und oft sind diese Dinge, die du gesitzt, die besitzen dich so. Und natürlich braucht man ein paar Dinge, aber brauchen wir so viel, das wird zur Belastung. Und ich bin dazu übergegangen, weil ich ja sehr viel nomadisch inzwischen lebe, weil wenn man einen dauernd vertreibt, kann man nicht so viel mitnehmen. Du hast Deutschland den Rücken gekehrt oder der wurde dir gekehrt? Ich bin immer wieder in Deutschland, weil ich in Deutschland ja auch noch Kinder habe. Also habe ich in Deutschland auch noch eine Base. Aber ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Und ich werde Deutschland auch als Firma verlassen. Weil es geht bei Presseorganen, ist das so, genau wie jetzt Paul Brandenburg in der Schweiz wird, uns wird es immer schwerer gemacht, weil wir haben es mit einer fanatischen, ideologischen Regierung zu tun, die wirklich glauben, sie tun das Richtige. Und jeden Andersdenkenden gnadenlos jagen. Gnadenlos bist du nicht. Nein, würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe ja einen deutschen Pass, der ist ein guter Pass. Und nur weil unsere Regierung bescheuert ist, ist ja Deutschland nicht schlecht. Aber wenn diese Regierung Jagd auf Andersdenkende macht, dann muss ich mich dem ja nicht aussetzen. Das ist klug einfach ausweichen. Warum? Da bin ich wie Muhammad Ali, bevor der Schlag ankommt, bin ich weg. Ich stelle mich dem nämlich. Weil man muss beobachten, wenn du das jetzt immer frontest, brauchst du diese Art von Zweikampf? Nein. Sollen die das doch machen. Die suchen sich ja nach mir einen anderen Sündenbock. Das hat er mit mir gar nicht zu tun. Deswegen, ich werde diesen Reflex und ich bediene ihn auch nicht mehr. Ich gehe dann woanders hin, weil ich kann und ich tue es ja eh schon die ganze Zeit. Auch aus dem Exil für mein Land oder Europa arbeite. Ich muss dafür nicht in Deutschland ruhen. Und ich kann nur sagen, Deutschland ist schön, aber woanders ist das Weltall besser. Fühlst du dich beschützt? Geht es dir gut? Es geht mir insofern gut, dass ich Freunde habe. So, und ich werde durch etwas anderes beschützt. Das hat nichts mit Menschen. Weil die Frage, die ich mir beantwortet habe... Du sprichst von Gott. Wie du die nennen möchtest. Also die Frage, die ich mir beantwortet habe, ist, wer steht hinter mir, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht. Da muss es jemanden geben, sonst hätte ich nie so alt werden können. So. Das glaube ich, okay? Und wenn ich irgendwann abgeräumt werden sollte, wie noch immer, dann ist das so. Da machst du dir also auch Gedanken? Ich werde sterben. Und ob es eines natürlichen Todes ist, weiß ich nicht. Vielleicht sterbe ich durch eine Kugel, vielleicht durch eine Krete im Hals oder vielleicht in einer Motorradkurve. Ich kann es nicht sagen. Oder beim Fallschirm springen. Ja, oder beim Fallschirm springen oder was ich, ja, oder so. Aber ich kann am Ende, also ich glaube, mein Leben so gelebt zu haben bisher, dass ich denke, boah, ich wollte... Das war ja gar nichts bei meinem Leben. Ich wollte ja was ganz anderes machen. Ich übe einen Beruf so aus, dass der von Berufen kommt. Und das macht Spaß, das ist anstrengend und ich würde das auch unentgeltig tun. Das, was ich an Geld benötige, brauche ich einfach, um die Spritkosten zu bezahlen. Ja, um was zu futtern zu haben, um meine Familie zu ernähren. Aber ich horte keine Summen auf der Bank. Ich kann das nicht mitnehmen. Und deswegen, wenn ich viel Geld auf der Bank habe, muss ich das ja jetzt retten. In einer Krise, wenn alles zusammenbricht, auch das Geldsystem, zählt vor allem Verbindung und Freundschaft. Das ist mein Rat. Kennst du Menschen, mit denen du segeln gehen würdest, wo Geld nicht mehr zählt? Ja, ja. Oder Freundschaft, wer ist da? Oder sind es Menschen, mit denen das alles nur funktioniert, solange alle ihre Kohle haben? In einer Zeit, wo Geld nicht mehr funktioniert, weil du dafür nichts mehr kaufen kannst. Da kann ich einige aufzählen. Genau. Und da würde ich sagen, vielleicht wieder die Familie, die Gruppe, sich da hinein investieren, sagen, was macht das Leben lebenswert. Ich glaube, dass auf uns in den nächsten Jahren extreme Erfahrungen zukommen werden, wo wir das, was wir heute als Zivilisation betrachten, auch zu schätzen wissen. Nämlich, Zivilisation ist für mich etwas, ich komme irgendwo hin, ist schon mal was vorbereitet. Für mich Zivilisation. Sind wir jetzt vielleicht sogar auch vorbereitet, so in den letzten vier Jahren, dass es uns also auch ein bisschen bestärkt hat? Und glaubst du, dass jetzt das nächste, was kommen wird, noch ein bisschen härter? Also in Davos und WHO-technisch plant man ja Dinge, die man ändern möchte auf dem Planeten, um es runterzubrechen. Nicht über Geopolitik reden, das ist echt langweilig. In der Industrierevolution 4.0 brauchen wir nicht mehr so viele Menschen. In der gesamten Konsequenz. Plus, weil die brauchen wir nicht mehr. Das macht in zufällig ein Chip. Wohin mit denen? So, früher hat man diese Menschen in Kriege geschickt, die haben sich verbraucht. Das geht heute nur bedingt, weil die Länder, wo man verbrauchen könnte, die auch verbrauchen wollen, die sind alle atomar bewaffnet. Was machen wir jetzt mit denen? Okay, wir bauen so 15 Blutenstädte zum Beispiel und geben dir ein bisschen Grundseinkommen und so weiter. Wir lassen das ausschleichen. Kann man auch übrigens mit Medikamente machen, dass die sich nicht mehr so lange vermehren oder so schnell vermehren oder vielleicht früher sterben. Würde ich jetzt mal so denken, wenn ich die wäre, wie werde ich die los? So würde ich das machen und da gibt es ja einige Anzeigen dafür und einige Aussagen in meinem Vortrag. Das sind ja nur Originalquellen, die das sagen. Okay, und ich nehme die ernst. Das sind keine Verschwörungstheorien. Aber wenn Bill Gates selbst sagt, dass man durch Waxen die Weltübervölkerung reduzieren kann, dann hat er das gesagt und er hat Möglichkeiten. Mehr als ich. Und das nehme ich sehr ernst. Wenn also irgendeine Behörde sagt, ich würde behaupten, jemand hätte gesagt oder ich würde sagen, nein, ich zitiere Bill Gates. Ich zitiere Dr. Oetker. Ja, also Arendt Oetker, der einfach auch sagt, Amerika wird von 200 reichen Familien regiert und zu denen hätten wir gerne gute Kontakte. Wenn ich dann sage, ich glaube, es gibt ein paar reiche Menschen, die den Planeten regieren, dann schreiben deutsche Behörden, ich würde eine Verschwörungstheorie verbreiten. Ich zitiere den Geldadel. Und dass der Geldadel ist und da ist, wo er ist, hat auch mit einem Selbstverständnis dieser Sätze. Also die glauben eben, sie stehen deswegen oben, weil sie dafür geeignet sind und wir sind eben, wie nennt man das, Nutzmenschen. Das Intelligente nutzt viel. Ja, und wenn man sich aber auch so verhält, auch durch Erziehung konditioniert, dann ist man für sein Leben teilweise selbstverantwortlich. Weil wir haben ja heute die Möglichkeit, dass wir über den Tellerrand gucken können. Das ist natürlich unbequem, weil dann muss man auf einmal sein Leben ändern und das wollen Menschen nicht so richtig. Das Leben, wie es ist, soll bequem bleiben. Ändern sollen andere etwas und mein Leben soll sich natürlich angenehmer werden. Wenn wir wollen, dass alles gleich wird, dann orientieren wir uns nach oben, weißt du? Genau. Ja, und da sage ich eben, wenn man Menschen, die viel haben, aber das nicht glauben, sehr, sehr viel wegnimmt, zum Beispiel Gesundheit und Frieden, dann stellen sie fest, was da verloren gehen kann. Und ich glaube, dass Menschen, die Krieg nicht erlebt haben, das ist das Dilemma, sich Krieg gar nicht vorstellen können. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ob die Erfahrung des Krieges eigentlich über Generationen vermittelt werden kann oder ob alle fünf Generationen Menschen wieder die Erfahrung des Krieges machen müssen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich es nicht brauche. Aber wenn die Menschen das wirklich wollen, um dann zu sagen, war ja schrecklich, aber dass sie das erst wieder machen müssen, damit sie dann wieder 50 Jahre oder 70 Jahre sagen, schrecklich, dann werde ich das nicht verhindern. Dann ist mal wieder was los, oder? Ja, hat ja Herr Grebe in einem seiner Songs geschrieben, 70 Jahre Frieden sind zu viel. Ich wiederhole das nur. Ich hoffe, dass die Menschen früher klug werden, weil Krieg ist eben kein Abenteuer, sondern es ist schrecklich, weil man verroht. Da muss man nicht an der Pond sein. Man verroht, man wird auch sehen, wie Menschen Nachbarn am Misstrauen sehen. Davon erholt sich eine Nation nicht einfach, weil da wieder Frieden ist, sondern es ist schrecklich. Ich rate dringend davon ab, das zu tun, aber das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, ob er glaubt, dass er sich bei den Politikern mit dem Waffensystem in guten Händen befindet. Ich glaube es nicht. Da wir jetzt gerade bei Waffensystemen auch sind, Olaf Scholz, der gesagt hat, nein, wir liefern die Taurus-Waffen nicht. Denkst du, dass das Taktik ist, eine Hinhaltetaktik von ihm? Mir hat ein Politiker gesagt, nach Scholz kommt Krieg. Das ist eine klare Aussage. Ich glaube ja auch nicht, ein deutscher Kanzler hat ja, was Geopolitik angeht, nicht viel zu sagen. Das ist jetzt nichts Neues. Weil Deutschland ein Besatzes Land ist, was man behauptet. Deutschland ist eine US-Kolonie. Und das heißt, US-Kolonie dahingehend, das sind in Deutschland sehr viele US-Basen, die wesentlich zum Weltkrieg beitragen. Also ich sage, Rammstein zum Beispiel, aber auch Afrikon, die einfach von deutschem Boden aus Kriege mitorganisieren, die Logistik dann liefern. Und dass wir nicht mehr souverän sind, das hat der Herr Schäuble ja schon mal eingeräumt, wir sind nach 1945 nur teilsouverän gewesen. Wir haben letztendlich nach 1945 nur die Führung gewechselt. Wenn das den Deutschen gefällt, ich bin ja nur Alba-Deutscher, und wenn sie sagen, ja, ist in Ordnung, weil sie sich selbst nicht über den Weg trauen, das ist ja die Antideutschen, weil die Deutschen selber zu unsicher sind, da frage ich mich jetzt in den Händen der Amerikaner, wird Deutschland natürlich sicherer? Irgendwie nicht. Ja, also was ich so beschämend finde, ist, dass Deutsche immer noch nicht verstanden haben, dass man ab irgendeinem Punkt für seine Land Verantwortung übernehmen muss und nicht dem großen Bruder folgen, die einen dann an die Front schickt und verarbeitet für die gute Sache. Das ist ja so, die Amerikaner steigen aus dem Ukraine-Krieg offiziell aus und die Deutschen steigen offiziell ein. Deutschland hat schon mal versucht, Russland zu bezwingen, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber die Typen, die das damals gemacht haben, die waren wirklich hart. Mit der Truppe, die wir jetzt haben, das ist ja eine Lachnummer. Warum, glaubst du, warum fallen jetzt die Deutschen da wieder drauf rein? Weil sie gehirngewaschen sind. Das ist reine Propaganda. Sie sind gehirngewaschen. Sie glauben das wirklich. Oder aber sie sind eben, erleben wir überall im Westen, wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen dann sagen, ich interessiere mich gar nicht für die Politik. Ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück und ich mache mein privates öffentlich. Ich bringe alles Private bei Instagram unter. Aber die wurden doch aber auch so gehirngewaschen in den Schulen. Also Zweiter Weltkrieg etc. etc. Und jetzt kommen sie wieder und dann heißt es, ja, jetzt ziehen wir gegen Russland in den Krieg. Das ist unser Erziehungssystem, das ist unsere Zivilisation. Die Geschichte wird ja eh von den Siegern geschrieben. Und so wie wir eben in jedem Erziehungssystem mehr oder weniger gedrillt werden. Und das müsste man eigentlich an den Schulen lernen. Und wir sollten eigentlich in unseren Erziehungssystemen Menschen zum Widerspruch, zum kritischen Denken erziehen. Aber das will ein Staat am Ende des Tages gar nicht haben. Der möchte Bürger im Wesentlichen die Geräusche und die Vertrauen, dass der gute Staat das mit gutem meint. Aber ein Staat, der es gut meint, geht jede Art von Krieg aus dem Weg. Ein Staat, der in einen Krieg hineinführt und sagt, das ist unausweiglich, meint es nicht gut mit seinen Bürgern, weil die Bürger werden ja verbraucht. Diejenigen, die den Krieg, der Unaus, die gehen ja nie mit. Das ist jetzt nichts Neues, oder? Also wenn jemand das sagt und sagt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, dann ist das ein gemeingewältiger Politiker. Und dann gefährdet er den Frieden der Bürger und verheizt die junge Generation. Und das ist nicht mehr interpretierbar bis zum Sieg oder so. Jetzt am 16. April kommt der Friedrich Merz an die Zürcher Universität, also halt hier in der Schweiz. Und glaubst du, wird der schon gehandelt, dass er als deutscher nächster Bundeskanzler, zum Beispiel, dass der dann vielleicht von BlackRock so eingesetzt wird, also als Marionette? Was glaubst du? Ich glaube schon, dass der vorbereitet wird. Und ich glaube, wenn die CDU zusammen mit den Grünen die Regierung stellt, dann sind wir im Krieg. Das glaube ich. Ja, also die Gedanken, die ich mir jetzt mittlerweile auch gemacht habe, warum kommen so viele deutsche Politiker? Agnes Zimmermann-Strak war ja auch an der Universität in Zürich. Wieder Jens Spahn und dann noch der Botschafter von der Münchner Sicherheitskonferenz. Genau, der Herr Heusken. Und da waren jetzt wirklich so viele da. Was glaubst du, kommen sie halt hierher? Natürlich, sie machen also auch Propaganda. Das ist reinste Kriegssätze, reinste Kriegspropaganda. Aber suchen die vielleicht sogar auch Finanziers? Was glaubst du? Ich glaube nicht, dass sie Finanziers suchen. Die kommen ja sowieso aus Übersee. Es gibt ja auch letztendlich, wir hassen sie ja die Schweiz, was das angeht, nicht mehr wirklich souverän. Seit das Schweizer Bankengeheimnis gefallen ist und was da passiert ist mit Credit Suisse und UBS. Was ist denn das? Jede Art von unabhängiger Bank soll abgeschafft werden. So, es darf es nicht mehr geben. Es soll nur noch ein zentral digitales Geld geben. Es soll keine unabhängigen Banker, unabhängigen Industrien mehr geben. Es soll alles globalisiert werden. Es soll alles, also der Markt wird aufgeteilt. So, das ist das, was passiert. Der Markt wird aufgeteilt. Der amerikanische Markt, der eben letztendlich bis zur chinesischen Grenze gehen soll und Russland möchte damit eingemeiden. Das war ja auch die Idee damals, als die USR zusammenbrach und Leute wie Jeffrey Sachs Wirtschaftshilfe geliefert haben und Leute wie Schordorff, sie sehr viel Geld plötzlich hatten, um die russische Ölindustrie zu kaufen. Mit welchem Geld eigentlich? Ja, also wenn man sich damit beschäftigt, geht es am Ende des Tages immer darum, Bodenschätze, Macht und Strukturen an sich zu bringen. Es geht nie um Freiheit. Und ich rede immer von Geoschach. Deutschland ist eine Figur auf einem Schachbrett und kein Player. Und ein Merz ist auch eine Figur. Die wirklich mächtigen Menschen kannst du nicht wählen. Du kannst sie auch nicht abwählen. Und die, die du kennst, sind nicht die wirklich mächtigen. Das sind Figuren. Dann fragt man dich dann immer. Und glaubst du, dass der Putin, der Putin ist auch jemand, der im Auftrag seiner Eliten arbeitet, aber er macht eher Politik für die, die im Interesse Russlands sind. So wie China Politik im Sinne Russlands macht. Und Amerika macht Politik im Sinne Amerikas, aber das sind nicht unbedingt europäische und deutsche Interessen, auch keine Schweizer Interessen. Wir sind Verhandlungsmasse, wir sind Figuren. Hast du mal an einer Universität mal gesprochen, also als Referent? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob die mich einladen würden. Ich stelle nur fest, heute, also früher war das ja so, in den 60er Jahren, 68er und 70er Jahren waren ja die kritischsten Geister an den Universitäten. Heute sind das die konformistischsten, weil die alle durch Bachelor ganz klar auf Karriere getrimmt werden. Da ist ja auch schon gleich die Industrie und sagt, hey, ich habe einen Job für dich. Und da spüren die ganz schnell auch schon, wie in Amerika studieren, studieren bedeutet am Ende auch schon Verschuldung. Das Geld muss ja wieder reinkommen. Das heißt, man lernt für den Arbeitsplatz in der Industrie. Man lernt nur noch das, was im Fachbereich da ist. Man guckt gar nicht mehr über den Tellerrand raus. Und das ist letztendlich formatiertes Denken. Das hat er mit wirklichem Denken. Du hast ja auch von Dressur gesprochen. Ja, also Erziehung ist ja auch eine Form von Dressur. Schule ist eine Art von Dressur. Das meinen viele zwar nicht, aber an welcher Schule wird denn kritisches Denken gefördert? Das war mal bei der Waldorfschule so. Ich will ja jetzt gar nicht pauschal reden, aber ich zum Beispiel habe versucht, an meiner Waldorfschule einen diesen Vortrag zu erhalten. Ich bin nicht erwünscht. Okay. Warum? Ich habe dann gesagt, ja, weil ich habe an einer Waldorfschule gelernt, der wurde Steiner verstanden und gelehrt. Nämlich, wir wollen eigentlich kritische Geister haben. Wir wollen eigentlich umstrittene Menschen haben. Also auch Dialog haben. Dialog haben und sagen, das ist das, aber das klingt gut, aber wenn das dann tatsächlich da ist, ein solcher Bürger ist doch furchtbar anstrengt. Weißt du, ich mache dem ein Angebot, der kann sich ja bei der oder der Partei austoben im Rahmen der vorgebenden Möglichkeiten. Und dann soll er wieder so. Und das, dazu musst du eine gewisse Vorkonditionierung haben. Weil das wäre doch wahnsinnig spannend. Also wenn man also einen Knipsen, also einen K-Wahn hätte man also an der Zürcher Universität und zusammen mit einem Friedrich Merz. Und wenn da so ein Dialog stattfinden würde, ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß. Ich habe jetzt mit dem Rektor schon gesprochen von der Zürcher Uni. Es ging also auch darum, dass man Friedensaktivisten hat man nicht hineingelassen, ja, zu einem Vortrag. Und man sperrt sie wie aus. Es ist wie also ein sozialer Ausschluss von einem Schweizer Friedensaktivisten, der so auch brav Steuern zahlt. Das ist der Alec Gagne, der wurde nicht hineingelassen. Jetzt mache ich mir einfach mal einen Spaß und schreibe, nein, das ist kein Spaß, sondern das ist wirklich ernst, schreibe diesem Rektor von der Zürcher Uni, ob Ken Jebsen also auch mal eingeladen wird. Dann kann dann wirklich also ein Dialog stattfinden. Und dann bin ich mal gespannt, wie er so halt die Antwort dann aussehen wird. Ja gut, kann man sich ja denken, weil es geht ja irgendwie nach, Propaganda soll ja den Diskurs verhindern. Das ist ja eine einseitige Information und du sollst es nicht hinterfragen, deswegen darfst du nicht Radio London hören. Kennen wir aus der DDR, da gab es immer Planübererfüllung, aber es gab leere Regale. Verstehst du, da gab es dann Doppelsprech. Das ist in jedem System so. Jedes System sagt, ja, wir machen schon Fehler, aber eigentlich sind wir super und wenn die Fehler zu groß werden, dann musst du da eben draufhauen, weil du genau weißt, hier gehen die Argumente aus. Ich würde mich mit einem Merz durchaus an der Uni treffen und durchaus, weil er hat Argumente, die sind sehr interessant, sagen, okay, wie soll denn unser Verhältnis zu einem Land wie Russland sein, was atomar bewaffnet ist? Sie müssen das ja nicht mögen, Sie müssen den Putin ja nicht mögen, das ist auch keine Demokratie, wie Sie sie sind, aber wie sollen wir denn damit umgehen, weil Sie sind ja da. Und wie hat man das denn früher gemacht? Und da Egon Bahr und so, waren die alle auf dem Holzweg? Wie kriegen wir das friedliche Zusammenleben mit jemandem hin, den Sie für einen Aggressor halten? Und wenn Sie sagen, es ist ein Irrer, dann glaube ich, dass das ein Argument ist, mit ihm zu reden, weil ein Irrer, mit dem sollten Sie reden. Bedrohen sollten Sie einen Irren nicht. Sie gehen ja nicht in eine Schule, wo ein Amokläufer Sie verschaden hat und kommen auch noch mit Waffen rein, dann schießt er um sich. Sie müssen irgendwie versuchen, zu deeskalieren. Und wenn er dann sagt, ich bin naiv, das lasse ich mir gerne sagen, dann würde ich gerne mir von ihm erklären lassen, wie er glaubt, dass wir aus der Nummer rauskommen. Würde ich gerne machen. Ja, aber die hätten jetzt ja eine fantastische Plattform-Masse auch gehabt, dass er halt in Davos, man hätte doch Putin einladen müssen. Ja. Also eine neutrale Schweiz hätte jetzt... Die Schweiz ist nicht mehr neutral, sonst hätten sie das machen müssen. Ja. Und ich meine, man hat ja gesehen, Taka Karlsson war in Moskau und hat mit Putin gesprochen. Das Interview fand ich über große Strecken zäh. Ich hätte mir Zwischenfragen gestellt, okay, aber ist okay. Aber wir haben erstens gesehen, okay, der Mann holt weit aus, Putin, der kennt viel über Geschichte. Ein solches Gespräch mit einem deutschen Politiker ist, glaube ich, unmöglich. Bisschen nicht zu wenig. Wir haben bildungsferne Schichten in der Politik, muss man wirklich sagen. Also unser Wirtschaftsminister und unsere Außenministerin und was da so rumläuft, wo ich denke, also richtig die Hellsten, sage ich jetzt mal. Dann wüsstest du ja eigentlich Kanzler werden. Du bist ja wirklich, du hast ja so einen Hochleistungsprozessor im Kopf. Also ich wundere mich immer, wie kann man sich so viel merken, wie kann man so viel wissen, wie kann man alles wirklich, wie kann man das wirklich so schnell abrufen? Ich bin ganz schlecht als Politiker, weil als Politiker muss man unglaublich geduldig sein und auch, das ist nicht mein Ding, ich würde in der Politik vielleicht nur kurz arbeiten und Projekte anschieben, kulturpolitisch würde ich machen. Ich glaube, dass wenn man mit Kulturpolitik kann man viel erreichen, indem man Völker zusammenbringt, junge Menschen, die gemeinsam Kunst machen. Nonverbal Dinge tun, tanzen, Musik tanzt und feststellt, es gibt viele Dinge, die die Menschen ausmachen, die wesentlich sind, die haben nichts mit Argumenten zu tun, sondern mit Gefühl. Glaube ich, dass das nicht schlecht wäre, hat man ja früher auch gemacht. Da kommt die Waldorfschule wieder raus bei uns, gell? Ja, aber hat man ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, da haben Deutsche Orchester geschickt, weil die deutsche Sprache war versaut durch Befehl. Einfach diese Geschichte machen und wir sind ja emotional gewesen. Also auch zu sagen, okay, gerade mal als Schüleraustausch mit Ländern, die die Achse des Bösen angehören, das fände ich sehr spannend. Weil wenn man sagt, man ist eine christliche Nation, dann sollte man sich ja gerade auf Leute zubewegen, die man ablehnt. Das ist die christliche Lehre. Nicht nur mit denen treffen, die man gut findet, sondern die rechte, linke. Wenn man das wirklich versteht, dann sollte man sagen, okay, die Aufgabe besteht darin, sich Leuten zu nähern, mit denen man sich echt nicht abgeben will. Das ist die Aufgabe und nicht sich nur mit denen zu treffen, mit denen man nie einer Meinung ist. Sagt der Mark Twain, wir lieben Menschen, die frei heraus sagen, was sie sagen, es sei denn, solange sie dasselbe sagen wie wir. Demokratie ist eine schwierige Staatsform. Also das würde ich mir wünschen, aber diese Politik ist ja auch sehr zäh und sehr viel Ruhm sitzt nun zäh und zwischendurch bin ich der falsche Mann. Also dafür hätte ich nicht die Geduld. Deswegen, wenn man auf Politiker schimpft, muss ich ja sagen, das ist auch zum Teil ein ziemlich langweiliger Job. Es ist so, wie wenn ich, ich gehe in die Werbung und dann mache ich diese geilen Spots, die früher Camel gemacht hat. So ist das aber gar nicht. Das ist auch ganz schön langweilig, macht man Baumarktmagazine. Also das würde ich nicht, aber ich würde bei der einen oder anderen Delegation gerne mitfahren und dafür sorgen, dass Kulturaustausch stattfindet, indem man sich gegenseitig mit der Kultur des anderen Landes beschäftigt und sagt, was kann an Bereicherung im Austausch stattfinden. Und ich glaube, dass viel, wie Leute sich kleiden, wie Leute essen, wie welche Sprachen sie sprechen, was sie an, was sie glauben, sagen, wow, sind wir andersartig, aber wir haben alle etwas gemeinsam, wir leben in derselben Raumzeit und wir haben Respekt vor dem Leben. Das wäre doch mal ein Ansatz, ein ganz einfacher Ansatz. Und ich muss den ja auch nicht verstehen oder mögen oder ich kann auch einiges komisch finden. Viele Leute, die in die Schweiz kommen, finden das total komisch, wie sauber das hier ist. Alles so aufgeräumt, finden die komisch. Ja, wenn man in Frankfurt den Bahnhof sieht, dann, ja. So, ja, kann man komisch finden und das hat davor aber auch Nachteile, weil man vielleicht Probleme hat, wenn irgendwo ein Stück, will ich nur sagen, andere Länder, andere Sitten, aber wir fahren doch auch immer gerne in andere Länder und genießen, dass es dort léger oder anders ist. So, aber das ist eben unsere Verbundenheit und das einfach oben in den Tellerrand blicken und sagen, wir sind doch eine Menschheitsfamilie, die sich doch sehr, sehr unterscheidet. Und das ist ja auch in der Schöpfung so. Die Schöpfung macht uns das ja vor, dass Lebewesen, die seit 100 Millionen Jahren existieren, immer noch da sind. Es gibt nur noch Amphibien, es gibt nur noch Amöben und Höheres Leben. Warum hat sich die Natur nicht für das Effizienteste entschieden? Was ist denn das für ein Metapher? Leben und leben lassen. Und nicht leben und sterben lassen. Das ist James Bond, okay? Und das einfach akzeptieren und wir werden als Menschen auf diesem Planeten unsere Erfahrungen machen und wenn man alle Chancen verstreichen lässt, auch schön, muss man möglicherweise dasselbe Jahrhundert zurück. Nochmal mit Bill Gates und Davos. Ich brauche es nicht. Ich habe die Erfahrung gebucht, ist super, Unterhaltungswert ist aber erschöpft und jetzt mache ich das so, ich habe ja sehr viele Jahre analytischen Journalismus betrieben für den Kopf. Kann man machen, ist auch gut. Aber jetzt eben mehr für das, was man die Seele und den Geist nennt und das Herz nennt. Und dieser Vortrag fängt ja beim Kopf an. Wie lange geht der eigentlich noch, jetzt diesen Vortrag? Also Angst, Essen, Freiheit auf. Wahrscheinlich noch bis März. Bis März. Aber zwischendurch arbeite ich schon an einem anderen und da geht es darum, ich werde auf der Bühne öffentlich denken. Das bedeutet? Mir sage ich das so nicht. Ich werde öffentlich denken. Also ohne Skript, ohne alles? Ja, öffentlich denken. Es gibt Dinge, die ich auf die Bühne knalle oder die auf die Bühne kommen, die auch mitgebracht werden können. Ich werde öffentlich denken. Das wird interessant. Ist das wie so ein Gemeinschaftsprojekt? Das Publikum wird auch mit einbezogen. Öffentlich Dinge denken. Und das ist wie bei meinen Fußballspielen, ist das Schöne daran, dass man live zusieht, wie das Spiel entsteht. Und das kann man ja auch philosophisch deuten. Grainstorming? Ja, das hat viel damit zu tun. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um Philosophie. Es geht um Dinge, die schon gedacht wurden, wie bei dem Umgesang. Interessant. Auch die Pause ist da wichtig. Weil was ich jetzt mache, ist ja eine Sonderausgabe von Meme Selfie Media zum Thema Propaganda. Weil viele nicht verstanden haben, was Propaganda ist. Viele, die hier waren, sagen, ich wusste ja schon viel, aber jetzt blicke ich nochmal hinter die Kulisse. Und damit ist das Thema auch für mich erledigt. Und dann geht es um die Dinge, die ich für wichtig halte, um den nächsten Level, den nächsten Schritt zu gehen. Und wer da mitgehen möchte, kann das tun. Also wenn man das jetzt so runterbricht, also jetzt dein Vortrag von heute Abend, Angst, Essen, Freiheit auf. Propaganda war ja das Thema. Gehirnwäsche, Manipulation, Konditionierung. Angewählte Soziologie. Ja, genau. Dass du halt einfach den Menschen gezeigt hast, wie wir, ich breche es jetzt mal ganz runter, ich benenne es jetzt wirklich ganz perfide, wie wir tatsächlich verarscht werden. Ja, wir werden gedrillt. Es gibt ja eine soziale Klaviatur, die in uns drinnen selbst ist. Wir haben Angst vor Ausschluss. Und wenn man weiß, wie man das bedienen kann, kann man die Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die sie niemals tun würden, ohne die Drohung aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. So funktioniert Macht. Es geht um die Organisation von G-Volkschaft. Und man hat ja heute Abend das auch gemerkt im Publikum, es war niemand mehr so brüskiert oder verfiel, also halt fast der Ohrmacht, sondern wir wissen das ja. Und wenn wir es nicht wissen, also seit vier Jahren wissen wir bereits, was also halt mit uns gemacht wird, oder? Ich denke, wir wissen das schon viel länger. Niemand kann sagen, ich habe es nie gewusst, dass ich so lange, spätestens seit dem 11. September an WTC7 sage, irgendwas stimmt doch nicht. Ja, das wussten wir aber schon vorher. Und jetzt geht es darum, das Programm wirkt jetzt, wo die Leute nach Hause gehen. Wenn sie das nächste Mal in die NZZ oder was sagen, was steht nicht drin? Und dann brauche ich das eigentlich noch. Du hast ja Lückenpresse gesprochen. Lückenpresse, das ist Feindbildbestätigung, die ich auf Kurs halten soll. Nein, und dann sich öffnen für andere Dinge und vielleicht wieder das Gespräch mit Leuten suchen, die einen Standpunkt haben, der weniger repressiert ist. Und den findet man in der Pyramide weit unten. Weil wenn du ein Baggerfahrer bist, dann hast du keine soziale Fallhöhe. Du kannst dir erlauben, Dinge zu sagen, weil man kann dich nicht fallen. Du bist schon am Boden. Ein Uniprofessor an der ETC oder HAP? Ja, also... Wenn der die falschen Sachen sagt, dann weiß er nicht, wie er die beiden Pferde seiner Kinder finanzieren soll. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Problem. Ein Baggerfahrer hat sowas nicht. Richtig. Wer kann sich das erlauben? Ja, natürlich. Also auch die Reputation. Sie werden dann nicht mehr eingeladen. Ja. Sie sind bei Ulrike Gouraud. Die leben ja ganz stark von ihrem Ruf. Das sind ja diese TUIs, wie sie Tucholzi genannt hat. Die leben davon, dass sie für die Reichen und Schönen die entsprechende Agenda liefern. Die sind ja zum Teil sehr, sehr Elite. Die haben ein Gespür dafür, wann es gefährlich wird, zu widersprechen. Und dann schreiben sie das, was dann umgesetzt wird. In Deutschland gibt es ja auch Thinktanks hier, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die dann eben sagt, wir werden eine Resilientia brauchen. Ein verpflichtendes Resilientia für alle Deutschen zwischen 18 und 65. Das ist eine Generalmobilmachung durch die Hintertür. Das schreibst du natürlich nicht. Generalmobilmachung, das klingt so nach Führer. Nein, es ist eine Resilientia. Verstehst du? Du musst durch Wörter die Alarmbots unterlaufen. Deswegen sagst du auch nicht einzelhaft, du sagst Horror Office. Das sind neue Freiheiten. Die freiwillige Selbstbeschränkung, das ist dann plötzlich Solidarität. Andere Leute, die nun zieren, heißt Verantwortung übernehmen. Verstehst du? Das ist schon gut gemacht. Aber ich als jemand, der natürlich weiß, was LTI ist, also wer ist die Sprache, der macht, der sagt, boah, ist das schlecht gemacht, weil ich mich damit beschäftige. Jemand, der sich aber nicht damit beschäftigt, der seine eigene Sprache nicht dekodieren kann, der jeden, der nicht an der Stelle ist, wo man ihn erwartet, für verrückt hält, er ist nämlich nicht an der Stelle und seine eigenen Vorurteile nicht als das erkennt, was sie sind, nämlich Vorschubladen, damit er sich zurechtfindet, dem ist schwer irgendwie beizukommen. Der Vortrag kann helfen auch durch Worte jetzt, dass man sagt, hey, was ist, also privatisieren kommt vom Privare berauben. Da klingt, da hat das gleich einen ganz anderen Namen. Ja, und was ich, wenn wir hier diese Apps haben, das ist Kontaktverfolgung, dann klingt das in den Ohren von uns anders als in den Ohren eines DDR-Bürgers. Der sagt, Kontaktverfolgung? Es geht darum, die Perspektive zu wechseln, zu sagen, da sind auf einmal Dinge scharf, die vorher unscharf waren und so weiter. Und dann sagen, was ist denn das? Und dann aufzuwachen. Weil nach Gurdjieff, da sind wir jetzt im Sufismus, schlafen die meisten Menschen. Aber ist es denn so, dass der Kommunismus 2.0 eingeführt werden soll? Was denkst du? Ich möchte jetzt nicht über den Kommunismus reden, weil die Frage ist immer, was Kommunismus ist. Aber die Idee war ja bei all diesen Ismen, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, dass die Menschen gleich gemacht werden sollen. Für die gute Sache, für die neue Zukunft und dann muss der alte Mensch weg. Das war immer schon so. Aber der Mensch ist sehr unterschiedlich und jemand, der versucht, alles über einen leisten zu ziehen, wird automatisch ungerecht. Und es gibt diesen Spruch, das Übel gedeiht niemals besser, als wenn ein Ideal davor steht. Und ich glaube ja auch in Deutschland, Grünen und Linken, dass sie das Beste wollen. Aber was dabei rauskommt, ist so ähnlich wie DDR. Die wollten auch mal das Beste. Die waren Antifaschisten, das sollte das Beste sein. Das heißt, die wollten einen DDR-Staat, einen Nazistaat überwinden und wurden zum Gängelungsstaat, wo sie auch Andersdenkende weggesperrt haben. Und in Deutschland ist es immer mehr so, die vertreiben die Leute, das ist eine moderne Ausbürgerung für die gute Sache. So, das funktioniert eben nicht. Und das ist immer so. Der Mensch glaubt immer, es gibt an der Natur, an der Welt selbst, gibt es wenig zu verbessern, aber jeder an sich sehr viel. Und die Leute, die in der Politik sind, das kann man besser verstehen, wenn man sich vorstellt, wie war denn eigentlich die Jugend von Ricarda Lange? Also, wie war denn die Jugend von Olaf Scholz? Wie war die Jugend von Putin, von Biden? Ich glaube, das war eine Jugend, die wurden oft nicht gesehen. Die haben vielleicht Milch bekommen, aber vielleicht so wenig Honig. Ja, genau. Und das heißt, die gehen dann an diese Position und da sind sie nicht mehr zu übersehen. Das heißt, die sollten sich alle mal auf die Couch legen. Also, aber was ist dann Staat? Viele glauben, der Staat ist eine Struktur, die eine unpolitische Serviceleistung bieten sollte. Straßenbau, sage ich mal, dass die Feuerwehr kommt, wenn es nötig ist und dass es ein Gesundheitssystem gibt und wir zahlen dafür Steuern. Aber unser Staat hat die Tendenz, sich auszudehnen und immer ins Privat hinein und übergriffig zu werden mit immer mehr Geld, um die Sachen durchzuregeln und die Leute zu reglementieren und zu gängeln. Und die Grünen, die sind die grünen Kmäher. Das ist eine neue Religion. Und unser Wirtschaftsminister, der ja vollkommen überfordert ist, schon mit seinem eigenen Sprachschatz, der sagt ja dann am Ende auch noch, der Staat macht keine Fehler. Das muss man sich mal reinziehen. Wo ich sage, dass du das auch so richtig sagst, aber er glaubt das. Er glaubt das. Wie geht das? Er ist Teil einer Sekte. Und du kannst nicht an einen Insektenmann herantreten, ich nenne jetzt mal irgendeinen Jehovas Zeugen und zu ihm sagen, hallo, ist da jemand weg? Dann ist er auch völlig, völlig gehirngebracht. Nein, das geht so nicht. Und deswegen, vergiss es, mein Rat ist, geh nicht mehr hausieren. Wende dich ab und die änderst du nicht mehr. Wende dich ab. Es endet wie bei Mielke, Ende der DDR, die sich hinstellt. Als kleiner Wicht war früher der Chef der Stasi. Ich liebe doch alle Menschen. Wenn die ihren Nimbus verlieren, wie das Güssel de Vos sagen, wirken die ziemlich lächerlich. Unsere Politiker, die wir gerade haben, ob du jetzt Olaf Scholz nimmst oder auch alleine der Baerbock, die sind doch eigentlich lächerlich. Aber warum schenkst du denen aufmerksam? Wende dich ab, es hat doch keinen Wert. Und mach was Richtiges und erwarte von denen nicht Dinge, die die nicht können. Die kann nicht nur kein Englisch, die kann auch kein Deutsch. Die ist einfach eine ganz brave Oberschülerin, die sich hier, was ich, Fotogeschockt empfiehlt und denkt, ich bin die Außenministerin. Du bist alles Außenministerin, sage ich immer dazu. Ist egal. Warum nicht noch mit denen unterhalten? Kevin, wer zahlt denn das Ganze? Der Steuerzahler. Der Steuerzahler, genau. Und wie siehst du das mit der Enteignung? Während die Hypotheken nach oben schießen und dann sagen dann die Banken, okay, jetzt nehme ich also dein Eigenheim weg. Weil du hast es vorhin noch mal ganz kurz angesprochen, wie viele Menschen haben überhaupt Eigenheim in Deutschland? Das sind, glaube ich, ungefähr 39 Prozent. Was sagst du dazu? In Deutschland ist es eben so, in Deutschland haben die oberen 10 Prozent, besitzen über 50 Prozent. Das ist aber weltweit ja genauso. Ich glaube, wir haben inzwischen acht Menschen. Diese Bissen besitzen so viel wie die Hälfte der Ärmsten weltweit. Ich glaube, das ist ungerecht verteilt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt kein guter Mathematiker, aber ich glaube, dass acht Menschen doch weniger sind als 3,5 Milliarden. Habe ich mal so grob überschlagen. Die Frage ist, was Geld überhaupt ist. Also in Ungarn hast du 91 Prozent, das sind Hausbesitzer und in Deutschland 39 sind. Ja, Ungarn hat auch keinen guten Ruf. Aha. Du meinst, der Orban ist da Personalkraft. Also jeder, der irgendwie nicht, brauchen wir nicht so weit führen. Nein, mal hinterfragen, was das alles ist. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Chance und vielleicht haben ja Leute auch über Corona, sind sie nachdenklich geworden, was das eigentlich für ein Wirtschaftssystem ist und was es uns zu bieten hat, außer Materie. Viele Deutsche und Schweizer gehen nach Ungarn. Was glaubst du, warum? Das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist das Wetter dort besser. Vielleicht mögen sie diesen Staat lieber. Aber wenn du nach Ungarn gehst und in ein anderes Land und dort auf den Staat vertraust, weil er noch besser ist, dann ist das auch ein Fehler. Also Staat dahingehend hinterfragen, dass du dich vielleicht auch davon verabschiedest, dass der Staat sich um alles zu kümmern hat. Du bist als Bürger auch in der Bringschuld. Wir haben ja in Deutschland, glaube ich, inzwischen so einen Nanni-Staat. Jeder hat das Recht auf das und das und das. Du musst auch mal was bringen. Und der Staat soll sich darum kümmern, dass es dir in allen Bereichen gut geht. Du hast damit überhaupt nichts zu tun. Dann sind wir wieder in der Abhängigkeit. Was tust du eigentlich dafür, dein eigenes Glück? Das soll der Staat machen. Der Staat soll dich zwar in Ruhe lassen, aber er soll sich pampern. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, mit einem Staat, der infantilisiert die Bürger. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir es so machen, wie jeder ist seines Lückes Schmied und wenn du Probleme hast auf die Erde, dann bist du selber dran schulden. Nein, wo ist die richtige Dosis für Sozialstaat? Wo ist die richtige Dosis? Was ist denn die richtige Dosis? Das wären alles Fragen, die man diskutieren könnte. Ich weiß nur eins, die heutige KI-Sierung der Industrie könnte ja dafür zu führen, dass wir alle weniger arbeiten. Könnte dazu führen. Und dass wir alle mit Grundprodukten versorgt werden und dass wir mehr Zeit hätten, uns darum zu kümmern, was das Menschsein ausmacht. Könnte so sein. Ich glaube aber, dass es eher genutzt wird, dass immer weniger Leute überhaupt arbeiten, einen Beruf von Berufung haben, mit Lebensmitteln versorgt werden und Tittetainment, wie man das ja neu dentscht, die alle die Google-Brille schon aufhaben und die gar nicht mehr verlassen wollen und vollkommen aus dem Auge verlieren, dass der Mensch ja möglicherweise nicht nur vom Brot allein lebt. Und dann ist es eine ziemliche Gefahr. Aber du musst dem ja nicht folgen, du kannst dem folgen. Das ist wahrscheinlich einfacher mit der Google-Brille. Das ist eine Entscheidung. Ja, so und ich finde es zu langweilig. Ich finde die analoge Schöpfung da draußen so hochspannend, dass ich sage, danke für das Angebot. Kann man mal aufsetzen, muss man aber eben nicht. Und ich bin auch nicht den ganzen Tag im Internet. Bin ich nicht. Also die Lösung wäre dann, lasst uns in die Schweizer Berge gehen oder wie Kayvan Fallschirmspringen gehen. Gehst du auch wandern in den Schweizer Bergen? Ich bin in den Schweizer Bergen noch nie wandern gegangen, weil die Schweiz ist mir zu teuer. Also ein Ausflug in die Berge, das kostet jetzt nichts, gell? Nein, ich bin viel durch die Schweiz durchgefahren, auf dem Weg nach Italien. Ich mag die Schweiz sehr, muss ich sagen, auch wirklich sehr gastfreundlich und die unterscheidet sich auch super. Aber wandern gehe ich schon. Kannst du Wanderschuhe? Ja, sicherlich, klar. Und zwar gute Meindl aus Leder, die habe ich ja schon seit 25 Jahren. Und damit gehe ich gerne wandern. Ich war viel in Deutschland wandern, ich war in Griechenland wandern, aber in der Schweiz war ich in der Tat noch nie wandern, aber das würde ich schon gerne machen. Also wenn so eine Wandergruppe sich mal zusammenstellen würde, dann würdest du mitkommen? Klar, eigener Ort wandern, das ist noch meine Richtung. Okay, okay. Klettern auch? Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe immer Respekt vor dem Berg, aber unter Anleitung, warum nicht? Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen also erst mal wandern. Der Berg ruft. Genau, der Berg ruft. Kevin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich bedanke mich auch und das waren wirklich die längsten fünf Minuten, die ich je erlebt habe. Wir wollten nur fünf Minuten, liebe Zuschauer. Gut, alles da, vielen Dank und wir sehen uns auf der Straße. Ich gehe jetzt da raus. Super.